Du kriegst dich durch die ganzen Bildschirme durch und dann trittst du versehentlich nochmal dem Kampf bei. Ich habe gerade so eine Kameraperspektive. Mir fällt jetzt erstmal auf, wie krass der Arsch vom weiblichen Oktoling dargestellt wird. Du siehst richtig die Po-Backen. Das hast du erst jetzt gesehen. Sowas fällt dir wieder auf. Ja, natürlich. Ich habe gerade voll die Kameraperspektive drauf. Wenn du einfach nur stehst, schaukelt die auch richtig krass mit dem Arsch. Ja, du siehst richtig die Po-Backen. Du siehst auch schon den Ansatz von Po-Ritze. Wenn die nackt wären, dann würde man alles sehen, glaube ich. Liebe Zuschauer, liebe Jugendliche, liebe Notgeil-Pubertärenden, ergötzt euch an diesem Anblick. Die Verbindung zum Netzwerkgerät wurde unterbrochen. Ja, der Arschwackler war einfach zu krass dafür. Wahrscheinlich. Ich mag aber diesen Fisch hier ins Plätzville, der aussieht wie Mrs. Puff. Ah, ja, 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 ja. Der steht ja auch hier in der Lobby. Echt? Diese Verkäuferin meinst du, oder? Da ist so einer, die einem was erklärt da ins Plätzville. Aber ja, stimmt. Die Verkäuferin sieht auch aus wie Mrs. Puff. Ja, stimmt. Ach, ja. Seid ihr hier im Raum wieder? Kann ich rein in den Team? Äh... Also ich bin im Raum, aber ich seh dich nicht, dass du online wirst irgendwie gerade. Ich geh mal immer raus aus der Lobby. Okay, warte mal, ich geh... Ich kann niemandem nachjohnen bisher, ja. Ja gut, ich hab ja noch keinen Raum aufgemacht. Raub auf! Mach den Raum auf! Mach den Raum auf, sonst soll ich den Rambock! Starte das verdammte Spiel! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, kann ich nicht spielen! Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Oh mein Gott, was ist geschehen! Der Raum ist übrigens offen. Gar nicht. Das ist eine verdammte Lüge und du weißt das. Ah, jetzt! Ah, okay. Ja? Hä? Warte, ich muss zu dem... Es braucht nur wieder mal eine Sonderbehandlung. Ja, es ist halt der Online-Service von Nintendo, der braucht immer eine Sonderbehandlung. Aus welchem Grund auch immer? Yay! Denn nicht schnell. Oh, Noberat hat eine Doppler-Pistole ausgepackt. Oh. Pack dir die Pistolen. Ich bin doppelter Ausführung aus. Ich wollte mal gucken, womit du mit umgehen können. Ich habe halt noch nichts anderes benutzt, außer meine Waffe mit, äh, dem Hammer. Der Kampf beginnt. Rebeerkampf, Färmehallen, schweißt ein. Ich meine, ich meine alles. Bananenfarbe. Nacktack. Ich finde den Namen gut. Nacktack. Die Stage hatten wir hier in Splatoon 3 aber auch noch nicht gespielt. Ne, die hatten wir noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Ja, das schon alle. Ich meine, man kennt die Stage ja aus Splatoon 2. Ich habe noch nicht genug Reinkampf gespielt, bisher. Wissst du was, bin ich Level 9? Riga, wir spielen keine Reinkampf mehr. Das weißt du schon. Wir spielen ja Reinkampf. Der Schwabber hat sich behaust. Ja, aber trotzdem hast du erlevelt. Jetzt sei still, das geht mir langsam auf den Sack. Das geht mir langsam auf den Sack. Was für ein Duell mit POTIS, aber leider habe ich besiegt. POTIS? POTIS? Ja. Das ist ein sehr schöner Name. POTIS. Aua. Da hat mir noch einer was oben drauf geworfen. Ich habe POTIS erledigt. Ich habe Arsch-Tits erledigt. Null. Was ist denn da? Ich habe POTIS erledigt. Ich habe Arsch-Tits erledigt. Oh Gott, was ist das? Das war so knapp. That was crazy. In der Dauer bin ich alle. Leak, Spurge. Du bist erledigt. Nein, das ist ja. Schon wieder POTIS? Zum dritten Mal schon. Wieder Arsch-Tits. Ja. Du brauchst dich nichts anderes zu kämpfen, nur mit deinem Schild, ne? Ja, ja. Dieser Feiglinge. Dieser Arsch. Dieser Arsch-Tits. Das sieht nicht so gut aus für uns. Kann das sein? Ja. Bin ich aggressiv. Boah, unglaublich. Wie lagern die mich da zu zweit? Oh, ist das eine schwache Runde bisher? Sorry. Oh. Weißt du, 1 gegen 1 für das seid ihr eben halb zu schwach. Ich habe zwei erledigt. Und dann kam Nacktart. Oh, der Pinsel. Äh, Nacktack. 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 Nackt. Nein. Du solltest die Namen anders aussprechen. Nackt. Jetzt haben wir schon Boosel und Arsch und Nacktheit. Ja, klar. Das ist voll wie perverse Runde hier. Das gibt's doch nicht. Jeder erwischt mich. Ja. Ich glaube, ich habe drei erledigt. Kann das sein? Macht was draus. Ja, ich bin ja selber gerade alleine am Spot. Ich bin irgendwie schon achtmal erledigt worden oder so. Schweiß den Scheiß in. Ja. Ich habe mir das Gefühl, die brauchen immer tausend Krugen, bis die haben. Denk. Boah. Wir haben es noch zum Schluss zurückgerissen. Es wird knapp, denke ich. Ich glaube, wir haben verloren, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Wir haben verloren. Was? Wir haben gewonnen? Wir haben gewonnen. Was? Ja, Mann. Wir haben noch die eine Ecke mehr eingefährt. Die eine Ecke, die hat es ausgemacht. Das hätte ich nicht mehr gedacht. Ja, das sieht irgendwie viel mehr lila aus. Ja. Aber lila ist halt die dominantere Farbe, deswegen. Also so vom rein optischen her. Lila, du bist so dominant heute. Jetzt gehen wir also in die Farbenlehre, oder was? Du weißt schon, wir haben hier lila und gelb gehabt. Das sind Farben, die sind beide komplementär zueinander. Nein. Doch. Ich muss da nur an die L.A. Lakers denken, also da. Oh, Mann, ey. Ja, ich packe mal wieder meinen Panzer aus. Geld, 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 Geld. Oh Gott, wir haben einen N. Ja, ihr habt mich. Ja, wir haben noch einen N. Einen Gegner. Das ist ein Faker. N-Mash gegen N. Wer wird gewinnen? Das ist ein Faker. Wenn den Lacky hat, haben wir ein Problem. Ist das eine ganz neue Stage? Oh mein Gott, wie schlecht sieht denn das Wasser hier aus? Das ist eine ganz neue Stage. Cool. Schön, dass wir das in der Aufnahme haben. Aber das sieht wirklich schlecht aus, das Wasser. Ja, das Wasser könnte bestätig sein. Das Wasser sah im Trailer wesentlich schöner aus, Nintendo. Ihr habt uns belogen. Warum zur Hölle ist das so hässlich? In dem Spiel gehen so Meerestiere. Da muss doch das Wasser gut aussehen. Das sieht einfach aus wie so eine riesige Folie, die so ein bisschen wabbelt. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber immer ist das Wasser aufgespricht. Sehr hässlich. Ich weiß nicht, was sie da getan haben. Oder? Da stimmt ihr mir doch zu. Das sieht einfach aus wie eine riesige Folie, die so ein bisschen hin und her wabbelt. Ja, genau. Oh nein, die haben mich irgendwie ins Visier genommen. Das wäre echt stärker. Ohne Witz, das Wasser sah doch im Trailer viel schöner aus. Die haben sie wahrscheinlich den zweiten Teil einfach gezeigt. Und das ist einfach nur hier auf der Stage, dass das Wasser so kacke aussieht. Okay, sie sind so wütendlich zu töten. Der Vollmodus war ja damals das so, dass die Farbe auch geglitzert hat. Im zweiten Teil. Im zweiten Teil gar nicht mehr. Da hatte das noch so kleine Glitzerpartikel drin, das sah mega hübsch aus. Die haben sie es einfach gleich weggelassen, weil es so keiner gesehen hat wahrscheinlich. Wie süß, die versucht haben mich hier oben zu treffen. Oh nein, der Getränkeautomat ist abgelaufen. Ich habe zu spät realisiert, dass die Holboje auf mich gerichtet war. Ah. Aua. Ich gehe wieder auf mein Dach. Ich komme wieder auf mein Dach. Klar. Ich muss sie erst aufleveln. Oh, weia. Ja. Nee. Oh, ich habe wieder erwischt. Oh, der Hammer. Das ist ja der Hammer. Der Hammer ist geil, ne? Der Hammer ist scheiße. Der Hammer ist geil. Der Hammer ist super, wenn man ihn da selber hat. Der Hammer, Hammer. Wo ist er? Da ist er. Rechen mich. Ich habe dich gerecht. Danke. Oh, scheiße. Der Hammer hat mich gesehen. Wieso? Der Hammer ist klar. Erinnert sich doch nicht. Egal. End. Trotzdem erledigt. So lahmarschig. Was war das denn, ey? Weil ich mit dem großen Zeh wieder in der gegnerischen Tinte gesteckt habe. Mach doch sowas. Ja. Mit dem großen Zeh musst du dich da mal kurz rein ditschen. Ja, schon hängst du komplett. Also die rechte Seite habe ich eingefärbt. Ich weiß nicht, wo ihr wart. Also die rechte Seite? Ja, das war ich, ne? Ja, da war ich das. Bin ich erstmal ganz stolz drauf. Ich war die ganze Zeit getötet. Da war ich. Die ganze Zeit im Grab. Alter, wo haben die die coolen Siegesposen her? Ey, ich will die auch haben. Ich glaube, die haben die aus den Automaten gezogen. Ach, man kann... Deshalb wusste ich doch gar nicht, dass man sich da Siegesposen herholen kann. Also ich weiß es nicht. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt auch mal. Falls man das kann. Ah, 1046 Punkte und drei Kills? Das hätte schlechter gehen können. Ja. Okay. Nee, also wenn wir jetzt hier so in der Gruppe sind, kann man nicht an den Automaten gehen. Schade. Für das Let's Play könnte man das eigentlich mal zeigen, dass ich da mal so an den Automaten gehe, mal gucken, was ich da ziehe. Kacke ist halt nur, dass es so viel Geld kostet. Ich glaube, mal zeigen, dass ich mal der Beste war im Team... Nein, das war Spaß. Was? Ich war der Beste gerade. Echt? Ja. Wenn ich dran denke... Das hat wahrscheinlich keiner gesehen. Wenn ich dran denke, Rüdiger, wenn ich dran denke, werde ich jetzt am Ende des entsprechenden Passes nochmal fett einblenden. Hey, du warst der Beste. Nicht bei einer Runde, die wir verloren haben. Du warst der Beste in der verlorenen Runde. Ja. Gratulation. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut verloren. Das hat uns voll viel gemacht. Hey, ich bin Rüdiger und war mal der Beste in einer Runde. Hier. Bemerkt mich bitte. Ihr wisst, da ich noch Spaß mache. Ja, klar, Rüdiger. Wissen wir doch. Hör ich der Sarkasmus raus. Nein. Nie. Nicht bei mir. Ich meine immer alles ernst, was ich sage. Alter, das Wasser sieht so hesslich aus. Geld, 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 Geld. Nicht ähnlich. Was war das denn? Ah! Ich glaube, hat mich einfach von hinten genommen. Oh. Ach, deswegen dieses Geräusch. Weil sie dich von hinten genommen haben. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Wie gesagt, liebe Kinder, was ihr daraus interpretiert, ist ganz euch überlassen. Ah! 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 Er hat mich von hinten genommen. Auf... Er ist schon wieder los. Okay, jetzt bin ich scheiße, wenn ich das gewinne, dann stimmt's. Ich habe eine normale Waffe. Ich kriege das hin. Gut so. Ah! Ah! Aua! er steht halt auf dich die alle nur auf der seite das gibt es doch gar nicht auf welcher seite sind sie dann ausgesehen links von dir aus gesehen war es jetzt rechts aber ich habe nicht genau gesehen wie du gestanden hast ich habe ich habe ihre u erledigt los ruhiger oh gott ist das eine schwache runde scheiße ich habe so gut wie keine punkte irgendwie aber wollte ich kann jetzt noch was gut machen hier aber ich glaube das ist nicht mehr zu retten einstellen was das gibt es doch nicht ich lebe hoch 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 wo bin ich hier hin geraten ich will nicht sein den sniper erledigt das verlieren wir oh gott ey das haben wir verloren diese frisur mit diesen zöpfen so hässlich ich finde das auch wirklich das ist die hässlichste frisur die du für den inkling kriegen kannst das stimmt ja so ich beende mal ich will jetzt an den automaten ich will jetzt was ziehen ich will eine neue pose haben hier wir gehen jetzt ohne dich ja dann geht halt ohne mich geht ohne mich wir gehen jetzt ohne dich in den kampf so und was habe ich zu beleidig aber du wolltest an den automaten ich habe ein snack coupon erhalten dafür gibt es leckeres am imbissschalter also mehr erfahrungspunkte nach dem kampf oder so also ich habe irgendwann mal geld gefressen ich glaube das gilt noch für zwei runden oder so ach so die nächste kapsel die nächste kapsel kostet mich statt 5000 jetzt auf einmal 30.000 was zur hölle du kannst halt einmal am tag günstig ziehen und dann kannst du halt nur noch teuer ziehen ach so läuft der hase ja das ist eigentlich so ein einmal ding und wenn du wirklich nochmal ziehen möchtest musst du halt richtig reinbuttern so läuft der peppy ich mache jetzt einfach mal 50 prozent mehr erfahrung aus kämpfen hier bestellen give it to me der scharfschütze wusste gar nicht wo er mit hin sollte als ich mit dem hammer kam hä was haben die gemacht hier auf ihrer seite ist gar nichts eingefährt muss ich mal ganz blöd fragen wie kann ich snacks verwenden an dem typen da an dem fisch typen der goldfisch da der dicke fette im laden innen drin boah der hat der kanzler zu ja also wenn ich einen snack kaufe dann ist er gleich aktiviert gell ist das wie ein splatoon 2 der gilt dafür ein paar runden ah ja okay ist aktiviert okay so ich mache einen neuen raum auf oder ich folge euch einfach das kannst du auch machen das ist vielleicht sinnvoller ich trete bei ich hoffe ja dass mal im laden irgendwann mal bald die flieger ich habe einen bombomot für einer huch 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 ich habe einen scharfschützen heute nubra ist einfach mario huch huch wuch wuch oh der scharfschütze ist wieder da mama mia der kommt nicht runter jahuu ah lass mich in roh oh no wo bist du jetzt auch drauf gegangen was hast du davon ah mann nee mich nervt die so auf ihrer seite kommt her kommt unter mein hammer kommt bleibt hier aua jetzt bin ich gestorben it's a never win for mario ha 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 ja wie gesagt das hätte niemals das Silbe benutzen au und habt ihr gewonnen ja wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir sind ja schon die ganze Zeit in ihrer base gewesen ja wir haben sich komplett auf dem festgenagelt ja ich denke dass wir das gewonnen haben ja 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 wow wunderbar jetzt bin ich jetzt bin ich einmal nicht dabei dann gewinnen sie ja hm hm ah ich muss überlegen ob wir gewonnen haben hm hm wir haben wir gewonnen ich weiß es nicht diese überlegenen pose hm 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 hm